Musik Hier ist der Marktplatz Neumarkt, herzlich willkommen! Wenn in einer Gegend eine neue Stromtrasse gebaut werden soll, gibt es normalerweise vorher Vor-Ort-Termine mit betroffenen Anwohnern. In Zeiten von Corona wird dieses Prozedere nun ins Internet verlegt und einige Gegner der geplanten Juraleitung finden, dass die virtuellen Dialoge eigentlich eher Monologe sind. Die gelb-roten Kreuze, mit denen gegen die geplante Juraleitung demonstriert wird, findet man in Dietfurt an fast jeder Ecke. Aber selten sind sie so groß wie dieses. Mit diesem Aufbau simulierte die BI Dietfurt die enorme Größe eines Strommasten. Wir haben die BI Dietfurt hier im Oktober 2018 gemeinsam gegründet und man sieht schon, dass sich hier in der Region einiges tut. Also es ist großer Widerstand da gegen diese Leitung. Eine Handvoll Trassenkritiker traf sich letzte Woche in Eisenschenksküche zu einer ungewöhnlichen Form der Bürgerbeteiligung. Trassenplaner Tennet hielt eine Infoveranstaltung per Livestream ab. Ich erwarte mir da, dass einfach wichtige Informationen zu den Bürgern kommen und ich habe da auch einige Fragen vorbereitet mit unserer BI und hoffe, dass diese Fragen während des Webinars auch beantwortet werden fachgerecht. Wer eine Frage stellen wollte, musste schnell sein. Erst 15 Minuten vor Start des Webinars durfte man sein Anliegen in ein Formular tippen. Alle diese Wortmeldungen landen hier bei uns. Wir werden diese vorsortieren, thematisch klastern und dann versuchen, möglichst viele ihrer Fragen an unsere Fachexperten und Fachplaner vor Ort weiterzugeben. Hier wurden die Unterschiede zu einem Vororttermin besonders deutlich. Wenn es jetzt eine öffentliche Veranstaltung wäre, müssten alle Fragen in einer Diskussion beantwortet werden. So weiß man ja nicht, welche Fragen eingehen. Wir wissen zwar, welche wir eingesandt haben, aber ich sehe das als keinen fairen Austausch, weil die wirklich wahrscheinlich nur die leicht zu beantworteten Fragen nehmen werden. Und die unangenehmen werden bestimmt während des Webinars nicht behandelt werden. Im weiteren Verlauf der Veranstaltung wurden aber durchaus auch kritische Fragen thematisiert. Zum Beispiel der Vorwurf, die Juraleitung würde den Landkreis nur durchkreuzen, aber nicht wird versorgen. Tatsächlich speist sie jedoch eine fast parallel verlaufende 110-KV-Trasse. Und diese 110-KV-Leitung, die hat in der Tat Anbindungspunkte in Riedenburg, in Dietfurt, in Neumarkt und noch ein, zwei andere Stellen, um dort eben auch regional zu versorgen. Je länger der Livestream dauerte, desto länger wurden die Gesichter bei den Trassengegnern. Bürgerbeteiligung in dieser digitalen Form stieß bei ihnen nicht auf Gegenliebe. Als Teilnehmer hat man wenig Überblick. Man weiß auch nicht, wie viele Leute das überhaupt an dem Webinar teilnehmen, wie viele Fragen gestellt werden. Da heißt es ja nur immer, die müssen sie auswerten, müssen sie auswerten, was dann im Hintergrund abläuft. Ihre Fragen sind nicht verloren. Im Nachgang der Veranstaltung wird auf jeden Fall Tenet auf ihre Fragen eingehen, zumindest auch in einem Fragekatalog. Der Kampf um die Juraleitung wird also weitergehen. Digital und, wenn Corona es erlaubt, im Herbst auch wieder vor Ort. Da, wo die Kreuze stehen. Leider müssen wir an dieser Stelle vermelden, was einige schon befürchtet hatten. Das Covid-19-Virus hat uns noch nicht für immer den Rücken gekehrt. Nachdem im Landkreis rund drei Wochen lang keine Neuinfektionen gemeldet wurden, gab es Ende der letzten Woche drei neue Fälle. In einer Kindertagesstätte in Sengental wurden nun zudem eine Mitarbeiterin und zwei Kinder positiv getestet. Die Einrichtung bleibt vorerst bis 10. Juli geschlossen. Die Familien der dort betreuten Kinder werden der Reihe nach auf Corona untersucht. Und jetzt gehen wir kurz in die Werbung. Und danach zeigen wir Ihnen, dass eine Zwangspause auch manchmal etwas Gutes hat. Zumindest die ASV-Tennis-Damen konnten gestärkt in die Bayernliga starten. Außerdem kreatives Schneiden. Jörg Heiler zeigt uns, wie jeder Gemüseteller zum Hingucker wird. Das und mehr gleich. Ein Kloster kann nicht nur ein Ort der Ruhe sein. Von Fachtagungen über Betriebs- und Weihnachtsfeiern bis hin zu Familienfesten. St. Joseph in Neumarkt bietet für Ihre Veranstaltungen das passende Ambiente. Hier finden Sie moderne Seminarräume, gemütliches Flair, grüne Oasen, Kulturangebote und komfortable Unterbringungen für Ihre Gäste. Das Tagungs- und Gästehaus der Schwestern vom göttlichen Erlöser im Kloster St. Joseph in Neumarkt. Wo kauft man Citroën? Na bei Autohaus Müller in Neumarkt, Ihrem Fachhändler mit Familientradition. Top-Werkstatt-Service. Kompetent und superfreundlich. So urteilen unsere Kunden. Autohaus Müller. Ingolstädter Straße 86 in Neumarkt. Kommen. Kaufen. Glücklich sein. Ihr seid die Erfahrenen. Ihr habt schon viel erlebt und noch mehr vor. Und wir sind die Banken mit über 170 Jahren Erfahrung, die euch bei allen Fragen zur Seite stehen. Gemeinsam schauen wir nach vorn und sagen, morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Die Einkaufsstadt Neumarkt lädt ein. Zum großen Schnäppchenmarkt am 4. Juli in der Neumarkter Innenstadt und im Stadtquartier Neuer Markt. Ab 9 Uhr erwartet alle Schnäppchenjäger wieder eine große Auswahl toller Angebote und satter Rabatte. Mehr Informationen unter einkaufsstadt-neumarkt.de. Waldau-Grecher-Ols. Bei der ersten Begegnung der aktuellen Saison trafen die ASV-Tennis-Damen vor rund zehn Tagen auf Fürth und unterlagen mit 2 zu 7. Ein wesentlich besseres Bild machten sie dann am vergangenen Wochenende. Beim ersten Heimspiel zeigten die Spielerinnen am Moosweg, dass sie zu Recht in die Bayern-Liga zurückgekehrt sind. Mit einer kleinen Betonung aufgekehrt. Erfolgreich auf Linie gebracht hatte sich die erste Damenmannschaft des ASV. In der letzten Saison schaffte sie den Wiederaufstieg in die Bayern-Liga. Am vergangenen Sonntag bestritt sie dann am Moosweg das erste Heimspiel. Man hätte denken können, das wird ein Kaltstart nach einer Corona-bedingten Zwangspause. Doch weit gefehlt. Die Qualität unserer Spielerinnen hat nicht gelitten, im Gegenteil. Die haben auch Zeit gehabt durch Schulausfall oder durch weniger Studiumsbelastung, dass sie auch mehr Zeit hatten fürs Training und das auch sehr konsequent genutzt haben. Die haben also eine eigene Trainingszeit nochmal geschaffen an den Sonntagnachmittagen. Da haben sie die Mannschaft versammelt und haben sich selbstständig so organisiert, dass sie da nochmal eine Sonderschicht geschoben haben, was unserem Niveau wirklich zugutekommen ist. Gegen die Gäste vom ersatzgeschwächten Donauruderclub Ingolstadt können sich die Spielerinnen schließlich mit 6 zu 3 durchsetzen. Abgesehen von zwei Damen um die 30 kann Trainer Walter Otto auf ein junges Team zurückgreifen, das, wenn es nach ihm geht, noch länger so zusammenspielt. Wir haben Glück hier, dass viele Leute uns verbunden bleiben. Auch wenn sie in der Nähe studieren, ist es doch so, dass sie versuchen, dem Verein treu zu bleiben und in den Mannschaften weiterspielen. Es ist also nicht so, dass die praktisch mit Vollendung oder Abschluss des Abiturs dann sofort weggehen und nicht mehr zurückkommen. Also wir haben einen sehr hohen Anteil von Spielern und Spielerinnen, die uns treu bleiben, auch wenn sie etwas weiter weg studieren. Auch gegen die nächsten Gäste aus Bamberg, die an den Neumarkter Netzen empfangen werden, könnten die Jurastädter nach eigener Aussage durchaus punkten. Die Wochen, in denen am Gelände keine Bälle fliegen durften, haben die ASVler für Ausbesserungsarbeiten an der Anlage genutzt. Nun können sie auf den aufgehübschten Plätzen voll durchstarten. Und wir haben alle Mannschaften, die wir gemeldet hatten, auch in der Corona-Zeit jetzt spielen lassen. Wir haben keine einzige Mannschaft zurückgezogen, weil wir einfach unseren Sport ausüben wollen. Wir müssen das auch mal aushalten, wenn es nicht so gut läuft. Und das zeichnet uns eigentlich aus, dass der Zusammenhalt sehr, sehr groß ist und wir deswegen auch diesen Erfolg haben, dass wir mit 18 Teams trotz Corona komplett alles spielen können. Wir haben 45 Heimspiele heuer. Und wirklich niemand ist böse, wenn die Saison 2020 temperaturtechnisch so weitergeht wie am Sonntag. 2019 fand nämlich jede Begegnung bei Temperaturen statt, die eigentlich einen Dauerbetrieb der Wasserspringer nötig gemacht hätten. Wie heißt der alte Spruch so schön? Das Auge ist mit. Und deshalb wird gerade in gehobenen Restaurants nicht nur angerichtet, sondern regelrecht dekoriert. Und eigentlich gilt beim Kochen das gleiche wie beim Fernsehen. Kreative Schnitte sorgen für Hingucker. Wir wissen, was gut schmeckt. Vom Fass in Neumarkt präsentiert Topf Secret. Servus. Heute zeige ich euch, wie man aus Paprika richtig schöne Würfel schneidet oder wie man die auch einmal ins Innenleben rausschneidet. Ganz einfach. Ihr könnt es einmal oben abschneiden. Dann einmal umdrehen. Hier auch wegschneiden. Das da braucht man nicht wegschmeißen. Das kann man dann später noch in Würfel schneiden oder so oder essen direkt oder in einer Suppe oder Soße mitverkochen. Dann legt man die Paprika so hin, schneidet hier einmal rein und dann geht es einmal so rum. Dann ist das Kerngehäuse heraußen soweit. Auch das Weiße, weil es kann sein, dass es manchmal bitter ist. Legen wir hier her und dann die Paprika einfach in so Stücke schneiden und dann kann das losgehen. Und zwar kann man dann richtig schöne Würfel schneiden, weil die Paprika selbst liegt dann schön gerade da und es geht recht gut und recht einfach. Wer möchte, kann die Paprika auch vorher schälen. Also weil die Paprikaschale selbst ist für den menschlichen Körper nicht verdaubar. Also das ist auch das, was immer so weg aufstößt, wenn man Paprika isst. Und ihr könnt es auch da, schaut her, einfach so, ja so Streifen oder Stäbchen schneiden. Dann, was auch immer ganz schick ist, so ein bisschen als Gemüse Variante oder als Schnitt Variante ist, wenn man dann die Paprika in so, weil wir im Bayern sind, Rauten schneiden oder auch ganz feine Streifen, würde auch gehen. Also in ich zeig euch das mal so. Einmal schön Streifen geschnitten und somit habt ihr auch einfach eine schöne Schnittform auch. Und ich glaube, das ist ganz einfach. Und wie gesagt, diese Abschnitte könnt ihr dann irgendwo in eine Gemüsebrühe mit reinmachen oder halt eben gleich essen. Viel Spaß beim Nachmachen und sehen wir uns nächste Woche wieder. Wir wissen, was gut schmeckt. Vom Fass in Neumarkt. Jetzt wieder geöffnet. Zum Schluss werfen wir jetzt noch einen kleinen Blick auf die neueste Kulturattraktion in Neumarkt. Seit letzter Woche lockt am Volksfestplatz das neue Autokino, welches vom Clubcar 3 und vielen Partnern und Sponsoren auf die Beine gestellt wurde. An allen Tagen außer Montags gibt es dort nun ein Programm, welches sich vom eigenen Fahrzeug aus bequem verfolgen lässt. Geboten werden Filme für viele Altersgruppen und Geschmäcker. Aber auch Live-Auftritte von Bands und Kabarettisten gehören dazu. Und schon am ersten Wochenende konnte man beobachten, wie es sich die Besucher in ihren zu Kinosesseln umfunktionierten Autositzen bequem machten. Für filmtaugliches Naschzeug sowie deftige Kost ist am Platz übrigens gesorgt. Außerhalb der Fahrzeuge herrscht allerdings Maskenpflicht. Und dank lichtstarker LED-Leinwand muss es in einem Open-Air-Kinosaal gar nicht mal unbedingt dunkel sein, weshalb auch Nachmittagsvorführungen zum Programm gehören. Und das war's für heute. Dieses Mal waren wir für unsere Moderationen in Foggenthal. Am Freitag begrüßt Sie Ulrich Badura in Endlich Wochenende. Zum Schluss gibt es jetzt noch die Wetteraussichten. Wir sehen uns. Bis bald. Wir für unsere Zukunft. Die Stadtwerke Neumarkt präsentieren das Wetter. Tiefer Luftdruck über dem nördlichen Atlantik sorgt von Skandinavien bis Norditalien für Schauer. Im Südosten des Kontinents drohen lokal heftige Gewitter. In der kommenden Nacht gibt es viele Wolken und Regen. Die Tiefstemperaturen liegen bei 16 Grad. Am Donnerstagvormittag bestimmen Schauer und lokale Gewitter das Wetter. Dabei erwärmt sich die Luft auf bis zu 23 Grad. Am Nachmittag dann ein ähnliches Bild. Die Temperaturen ändern sich kaum und es ist weiterhin mit bewölktem Himmel und Gewitter zu rechnen. Am Freitag gibt es stellenweise Wolken. Zuweilen scheint jedoch die Sonne und es werden zwischen 11 und 24 Grad erwartet. Der Samstag zeigt sich größtenteils bei strahlendem Sonnenschein. Die Tiefstwerte liegen bei 10 Grad. Die Höchsttemperaturen am Sonntag können auf bis zu 28 Grad steigen. Dazu ist der Sonnenschein nur selten von Wolken beeinträchtigt.